Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Yonda, der Cloudcatcher Chronicles. So, oh mein Mikro, so glaube ich, ist besser. Äh, jo, ich habe erstaunlicherweise den Handel abschließen können. Wir hätten jetzt auch Platz für Lianen normalerweise, da ich ja zwei gekauft habe und das vom Platz her im Rucksack passen müsste. Jetzt heißt es Lianen sammeln. Dann ganz fix und schnell unseren Bauernhof zusammenschustern. Jo, und so weiter und so fort. Eine Liane für mich. So, Futter habe ich jetzt vieles verkauft, absichtlich. Wir hatten 50, jetzt können wir halt wieder ein bisschen sammeln. Brauchen wir sowieso auch wegen, äh, die Sämlingen, den Sämlingen und fischen sollte ich auch. Schü. Schü. Aber die Lianen sind jetzt gerade ein bisschen wichtiger. So, 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 so. Da drüben hätten wir eine. Hurra, hurra, hurra. Sei mein. Ja, und fischen wäre halt, fischen wäre halt auch wichtig. Ui, da haben wir ein Plätzchen für eine Sämerei. So. Und ein Erzelein. Wohin? Dahin, dahin, dahin. So, zack, zack, zack. Und es ist unser. So, nochmal Liane. Liane. So, und Steinchen. Ups, da, so. Vorsichtig sein mit dem Hüpfen, dass ich nicht ins Wasser falle. Ah, sie ist gut ausgegangen, Gott sei Dank. So, und die nächste Liane. Äh, wie viel brauchten wir? Sechs oder acht Stück, glaube ich, ne, für den Bauernhof oder mehr. Ich sammle einfach mal einmal so ein Bild in der Gegend rum. Ui, 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 ui. Hier haben wir gleich zwei nebeneinander. Zack, zack. Noch mehr Blümchen. Zack. Oh, ähm. Jawohl. Noch ein Zähmling. Sehr gut. Da drüben haben wir noch eine Liane. Hurra. So, da sehe ich auch wieder ein Plätzchen für ein Zähmling. So, die Steinchen brauchen wir auch alle. Zack, zack, weil dadurch, dass ich Steinsäulen gebastelt habe, sind mir jetzt die Steine ausgegangen. Ja, das war nicht schlau, ich weiß, aber was soll's. Zack, 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 zack. So, da haben wir eh wieder ein Steinchen da vorn. So, zack, zack, zack. Schön einsammeln. Wieder die nächste Chance auf ein Zähmling. Eine kleine, aber leider, ja. Es war nichts dabei. So, nächster Stein. Noch eine Blume. Noch mehr Stein. Noch ein Lianis. Noch ein Stein. Noch mal die Chance auf einen Zähmling. Jawohl, da ist schon mal einer dabei. Zack, noch einer. Sehr gut. Zack, zack, zack. Ja, passt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, die Picke haben wir draußen. Da haben wir nämlich ein Erze vorgekommen. Zack, zack. Und hier noch mal eine Chance. Jawohl. Auf so einem kleinen Fleck zwei Sämlinge. Das ist schön. Noch eine Liane. So. Wie viele Lianen habe ich jetzt? Wo sind die? Da, elf Stück. Wie viel brauchen wir jetzt für den Bauernhof? Katze. Da. Sander Windhof. Sunder Windhof. Haben wir alles. Perfekt. Gut. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Stein, glaube ich. Wie viele haben wir Steine? 15. Ja, das ist zu wenig. Also, ich meine, zum Bauen für das Bauernhäuschen passt's. Aber mir schwebt ja da noch eine Brücke vor. Oh, voilà. Eine Brücke vor und so weiter. Zack. Da brauchen wir noch wesentlich mehr Steine. So. Ah, jetzt ist einmal der Bauernhof wichtiger. Ach ja, und den Knotenpunkt. Den möchte ich auch bauen. Weeeeee. Weeeeee. So. Da haben wir, glaube ich, noch ein Erz, was ich gesehen habe. Ja. Da. Zack. 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 So. Jetzt, glaube ich, können wir wieder rauflaufen. Zack. Hier haben wir noch Erze und Stöckchen. Schauen wir uns da oben noch kurz um. Vielleicht gibt's noch ein paar Lianen. Jede Liane und ein Steinchen natürlich auch. Das sind alle willkommen. So. Ich glaube, da oben waren wir aber schon mal, ne? Oder? Ich glaube schon. So. Da haben wir noch ein Steinchen und noch ein bisschen Erz. Sehr gut. Ah ja, hier kommen wir hier rüber. Genau. Genau. Das passt mir jetzt aber eh ganz gut. Können wir noch ein paar Steine sammeln. So. Aber zu viel sollte ich da jetzt auch nicht. So. Wie viele Steine haben wir? Knapp 30. Jo. Ich glaube, können wir die Hühner Augen zudrücken, ne? Ja, genau. Darum ist der Stein der Weißen, ne? Jo, passt. Dann gehen wir wieder Richtung Berg. Ne? Unser Bauernhäuschen aufstellen. Ah ja, den Knoten-Dingsbums könnte ich noch bauen. Versuchen. Da. Einmal. Ein Steinchen brauchen wir dafür. Jo. Bitteschön. So. Sehr, sehr gut. Wir haben trotzdem noch, ja, wir haben genug noch für unseren Bauernhof. Pass genau. So. Dass er wenigstens mal gebaut ist, ne? Dass wir den Schnellreisepunkt haben. Mehr möchte ich derweil schon gar nicht. Bin ich da schon glücklich. So, also, nichts wie rauf wieder, ne? Die paar Meter. So. Dann können wir nämlich mal zum, zu unserem anderen Bauernhof uns switchen. Ne? Ja. Und da sind wir auch schon. Und, zack. Einmal bauen, bitte. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Ach so, den Teleportpunkt. Genau. Jawohl. Passt alles. Die Truhe. Ist das jetzt unsere Lager? Ja. Das freut mich jetzt sehr. Da werde ich jetzt gleich mal, hupsala, die Farbmittel reinschmeißen. Ich hoffe, ich verdrück mich jetzt nicht. Ja, passt. So, die 5 Farbstoff hauen wir rein. Mehr Farben habe ich jetzt nicht. Doch, sicher. Hier. Silber und Flammenfarbe und Spektrum. Und da ist noch eins. Ein Opal Shampoo. Genau. Kleidungsstücke und Frisuren. Könnte ich eigentlich auch reinlegen, ne? Zerrissener Mantel, würde ich mal wegtun. Die Brille. Ich glaube, das tun wir alles mal weg. Weil wir können uns eh hierher porten. Dann können wir wieder... Dann können wir wieder, ähm... Uns aussuchen, was wir gerne hätten, ne? Dann haben wir nämlich auch wieder mehr Platz im Rucksack. Ich glaube, das ist eine recht gute und vernünftige Idee. Jo. Ich glaube, so passt das schon mal. Mä. So. Sehr gut. So. So. Ähm. Jo. Wie schaut's jetzt aus mit der einen Questzwecksbrücke? Wolkenfänger, bla bla bla. Hier. Steinsäulen brauche ich noch vier. Boah. Jo. So. Okay. Ja, stimmt. Das mit dem Schneidermeister kann man bei passender Gelegenheit auch machen. Also, wir brauchen jetzt noch vier Steinsäulen. Okay. Dann würde ich sagen, ich probiere mal. Konstrukteur. So. Wir brauchen jetzt noch Scheitelstein. Den da. Da brauche ich noch einen Kopfstein. Jetzt können wir den Scheitelstein bauen. Dann brauchen wir das hier. Dann haben wir das. So. Wieder mal eins. Fertig. Dann brauchen wir wieder drei davon. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Wieder einmal. Ah. Da gefällt mir schon der Stein. Okay. Dann haben wir das mal gebastelt. Gut. So. Dann. Würde ich sagen. Schauen wir uns halt wieder um. Drei. Was? Was noch drei? Drei Pflanzen oder was? Welche Aufgabe ist da jetzt erfüllt? Mie. Keine Ahnung. Hier sind noch acht übrig in dem Gebiet. Okay. Vielleicht meint er mit, dass noch drei Bauernhöfe übrig sind. Das könnte vielleicht sein. So. Wir hauen drauf, damit wir Steine bekommen. So. Und hier einmal für Futter und eventuellen Sämling. zack, 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 so, 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 dann, da haben wir noch was Tolles und da hätten wir noch eine Liane, die wir mitnehmen. zack, 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 zack So, da haben wir noch ein bisschen Stein. Da drüben haben wir wieder Stein. Da haben wir noch ein Stöckchen. Heureka! So, den Stein da drüben gehe ich noch holen. Haben wir jetzt schon drei Nächte. Ich glaube nicht, das war jetzt gerade mal eine wahrscheinlich. Das dauert alles so lang, hier ist du. So, wicke, wicke. Wic, wic. Wic, wic. Das war ein Fuchsilein. Sichelein und zack. Wic, wic. Na, du kleines Ding. Wic, 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 wic. So, Achtung. Ich muss noch mal kurz das Gras ein bisschen mähen. Ich bitte um ihr Verständnis, werter Fuchs. So. Zack. Da war jetzt nur ein einziges, ein einziger Sämling. Ja, ein Samen, mein ich. Ja, tatsächlich. In der Tat war hier nur eins. Das ist aber nicht viel. Ah, wir haben ja noch ein paar Wiesen hier. Zack. Wic, wic, wic. Und natürlich auch Steinchen. Die darf ich nicht auslassen. Und dann wäre auch gut, einmal Fischi-Fisch zu machen. Habe ich von dem Blümchen ab noch was? Keine Ahnung, ich nehme einfach mal mit. Ja, Fischen wäre auch so ein Thema. Was ich angehen müsste. Wuck, wuck, wuck. Wuck, wuck, wuck. Wuck, 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 wuck. Ah, immer schön her damit. Miau, miau. So, zack, zack. Jawohl, ein Sämling. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Jetzt haben wir einen Haufen Futter. Zack, zack, zack. So. Schön. Da haben wir... War ich hier schon mal drin? Ach so, natürlich war ich hier schon drin. Wir sind nur immer von unten nach oben gelaufen. Jetzt habe ich mich da selbst verwirrt. Erfolgreich. Ja. Das kommt in den besten Familien vor. So. Dann nehmen wir noch die Blume mit. Und das Steinchen. Und das Erzelein da drüben. So, zack, zack. Zack. Dann haben wir hier, ich sehe schon, noch was zum Anpflanzen. Zack. Wie viele fehlen hier jetzt noch? 13. Du heiliges Kanonenrohr. Jo. Oh, da ist eine Treppe. Da waren wir aber auch noch nicht, ne? Wir haben diesen Teil hier sowieso noch nicht zurecht. Bastlerheim. Bastlerheim. Den nächsten Gildenmeister gefunden. Oha. Hallo. Na, du? Ja. Ja. Willkommen in Bastlerheim. Aus Gegenständen im Wert von 50 können wir dir einmal Kremskrams machen. Nein. Da würde ich sagen, bietet sich das hier an, ne? Ähm, ich würde sagen 10. 10 mal Kremskrams. Jo. Wo immer's mal? Ja. Passt. Wir haben Platz. Sehr gut. Hier ist ein normaler Händler. Ach, waren wir hier auch schon? Wir haben doch keinen Gildenmeister gefunden. Ich dachte, weil hier Bastlerheim steht, ne? Es wäre vielleicht... Aber das war ein Blödsinn. Oh, was haben wir denn hier? Einmal Düsternis. Kann das sein? Da werden wir die beseitigen, oder? Ja, bitte. Da, 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 da. Bling. Haha. Geschafft. Juhu. So. Wir haben hier drinnen... Keine Ahnung, was das gerade für ein Item war. Aber zwei jedenfalls davon waren hier drin. Wir haben hier noch drei Düsternisse zum Wegmachen. Dann wird dieses Gebiet auch schon wieder schön. Wow. Da vorne haben wir schon wieder eins. Ich seh's, ja? Schnell dahin. Wo doch die Genschwittes? Heule, K. So. Machen wir auch gleich weg. Ja, bitte. Brauchen wir eh nur vier. Geister, wir haben ja eh schon 18. Blam. So. Ein schönes Bäumchen. Und ein Katzelein. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Und mit Ruhe? Huch. Das wollte ich gerade nicht. Ach so, da stellt sich's eh selber auf, das Ding. Hallo, Katze. Na, kommst du mit? Lila. Wächs. Sechse sind hier noch übrig. Ja, da können wir aber mal ein Feuerwerk starten. Zur Freude des Tages, dass wir eine Tüsternis besiegt haben. So. Dann fehlen hier noch zwei. Ne? Tüsternis. Hallo. Die sind so süß. Ihr seid so süß. Ihr da ja. Dun, du. Die will ich unbedingt mal auf der Farm haben. Unbedingt. Das wäre auch schön, wenn es hier irgendwo auch wieder so einen Platz geben würde, wo man eine Farm aufstellen kann. Aber ich denke schon, ich glaube schon, dass es das geben wird. Ich muss es nur finden. Wie immer. Ui, eine Liane. Den nehmen wir gleich mit. Abrikam. War ich hier auch schon mal? Nein. Abrikam. Abrikam. Ja. Genau. Zeige ich ja. Abrikam. Hallo. Servus. Du bist wahrscheinlich wieder die Dame mit Auftrag. Ja, ja. Wenn wir einen Auftrag haben, können wir das Bier abholen. Okay. Hier ist noch nichts viel los. Das kommt dann wahrscheinlich später. Wir können uns aber trotzdem weiter umklubschen. Da drüben sehe ich noch eine Düsternis. Da haben wir ein bisschen Ton. Noch eine Liane. Boah. Ein Fluss. Wie man hier immer verleitet wird, Angeln zu holen, ne? Zu müssen. Oh. Mann, das hat hier geschlafen. Entschuldige. Ich wollte dich nicht wecken. So. Ich bin nur auf Sammlerlaune. So. Was ich auch gerne zu Hause hätte, wäre dieses Blümchenschweinchen da. Die sind auch so süß. La, 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 la. So. Aha. Hier wäre auch was zu bauen. Haben wir das schon? Ein guter Platz für eine Steinbrücke. Flecken, Baum, Wald. Steinbrücke. Ach du Heilige. Ja. Noch nicht. Oh. Hier wäre was zum Anpflanzen. Zack, zack, zack. Zack. Und zack. So. 12 sind hier noch übrig. Mhm. Da drüben wäre eine Quest. Da kommen wir wahrscheinlich erst hin, wenn wir die Brücke gebaut haben. Mhm. Weil sonst werden wir hier elendiglich ersaufen. Aber warum eigentlich nicht? Wir könnten ja wirklich, da wären Steinchen, wir könnten ja wirklich mal eine Runde angeln eigentlich. Zack. Wäre ja wurscht. So, noch ein paar Blumis. Geh mal wirklich mal billfischen, ne? So. Stellen wir uns schön da hin. Und. Heureka. Fischi, 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 fisch. Verfinden wir diesen spitzen Fisch an. Da brauchen wir ja so viel. Hallo. Na? Schnapp, schnapp. Komm. Mach, schnapp, schnapp. Jawohl. So. Das ist wieder Fingerarbeit hier. Oh. So. Oh. Ja, ja, ist schon recht. Und. Oh. Jawohl. Youngfisch. Okay. Den haben wir noch nicht gehabt. Du hast entdeckt. Youngfisch. Okay. Okay. Ich wollte aber einen spitzen Fisch haben. Vielleicht gibt es, oh. Vielleicht gibt es hier nur diese Youngfische. Könnte ja auch sein, ne? Das ist hier ein japanisches Eck sozusagen. Drum die ganzen Kirschblüten. Oder chinesisch. Nochmal. Wäre es ja auch wurscht, oder? Heureka. Da. Fischi, Fisch. Ah, da mein klar was Kleines. Vielleicht bist du schon so ein spitzen Fisch. Schauen wir mal. Tipp, Fisch. Fast. Fischi, Fischi, Fisch. Ich soll das wirklich machen, wenn du hier nicht zuschaut, ne? Na, komm her. Ja, komm. Mit der Kleine. Ach. Ich glaube, war das jetzt der Kleine? Ja. Der ist. Der ist hungriger als die anderen. Huch, huch. Jawohl. Spitzenfisch. Jawohl, das ist ja spitze. Haben wir schon einen wieder zu unserem Glück. Ich sollte ihn aber vielleicht wirklich kaufen. Hallo. So. Hopp. Ein Dippfisch. Gut, lassen wir es gut sein, ne? Ich glaube, den sollte ich mir vielleicht wirklich bei passender Gelegenheit bei den Anglern kaufen. Da drüben wäre noch eine Quest, so es ausschaut da unten. Ach, das war der Angelwettbewerb, ne? Den haben wir schon mal gemacht, glaube ich, ne? Da vorne ist ja was zum Einpflanzen. So. Zack. Da vorne sehe ich eine Leine. So. Da wäre noch eine. Das sind überall Viechleins, ne? Da zwitscherts, dort zwitscherts. Alles schön. So. Hämmerlein. Hämmerlein. Zack, zack. Und da zack. Das, ja. So muss das ausschauen. Ein Würmchen. So. Blümchen und Würmchen und Liane. Die nehmen wir auch mit. Zack. Noch mehr Steinchen. Zack. 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 So. Mal her damit. Gut. Quick, quick. Da haben wir noch eine Liane. So. Wie schaut's aus mit Konstruktionen? Ja. Ähm. So. So. Da fehlt... Ich hab heute einen Scheitelstein gemacht. Ähm. Ups, ich hab's falsch gebaut. So. Hoppala. So. Jetzt hab ich's. Irgendwie hat's das Ganze verschoben. Hoppala. So. Eins. Zwo. Drei. Eins. Zwo. Drei. So. Einmal. Zack. Noch einmal. Und ich hab's schon wieder zu wenig Stein. Zu wenig Stein. Das ist nicht fein. La la la. So. Hüps. So. Ja, ja, ja. So. La la. Da hätten wir... Ah, da will wieder was zum Anpflanzen. So. Zehn sind noch übrig. Das ist viel zu viel. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Zwitscher, zwitscher. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. 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 So. Wie gehen wir denn in die Eisregion zurück? In die Schneeregion? Zumindest glaube ich, dass ich da hinkomme. Einen Knotenpunkt haben wir... Also einen Reisepunkt haben wir eh. So, da haben wir wieder was für unsere Püke. Zack. 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 Ein Schwammlein. Noch ein Schwammlein. Ein Girra... Gir... Girbaka. Ist das richtig? Ich glaube, ne? Girbaka. So. Jetzt seid ihr wieder diese Kohlefüchse? Ich glaube, ne? So. Und weiter Steinchen suchen. Zacki, zacki. Zack, zack, zack. So. Und ich habe natürlich erfolgreich vergessen, wo wir noch was zum Anpflanzen brauchen. Ich sehe hier nur zufällig ein Fleckchen Erde. Zack. Das heißt, vielleicht war es hier oben irgendwo, wo wir noch was anpflanzen mussten. Auf jeden Fall haben wir hier ein Steinchen. Zack, zack, zack. So. Zack. Wie hüpft. Ich bilde mir ein... Ich bilde mir ein, hier irgendwo war mal was, dass ich noch... wo ich noch was anpflanzen konnte. An Seeminge. Bilde ich mir ein. Aber ich glaube, ich habe mich da schon vertan wieder. So, das sammeln wir auch mal ein. Auf jeden Fall müssen wir ein paar Samen mitnehmen für oben, für ganz oben im Dorf dort, ne? Wo die Konstrukteursmeisterin ist. Da waren fix welche zum Anpflanzen noch. Da waren fix welche zum Anpflanzen noch. So. Das gehört auch uns. Hü, hüpf. Hier waren wir auch schon. Okay. Ah, hier haben wir was. Zack, zack, zack. Zack. So, wie schauen wir da oben aus? Da wäre wieder Arbeit für uns. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Sehr gut. Und nochmal die Picke. So, zack, zack, zack. Und der Part ist zu Ende. Na, großartig. Ihr Lieben, das war es wieder für heute. Ihr habt es überstanden. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schauen tut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.